Heute melde ich mich mit einem Quick-Tipp bei euch zurück, denn aktuell kann man im Kochfilms-Shop 5 Euro sparen, ab einem Mindestbestellwert von 30 Euro. Ab 30 Euro ist auch alles versandkostenfrei, das passt. Es gilt auch für Vorbestellungen, zum Beispiel habe ich mir hier in den Warenkorb gelegt, nämlich Wetlock, das Steelbook und auch Supernova. Beide Steelbooks werden diese Woche veröffentlicht. Ihr seht es hier, Normalpreis 39,98 Euro mit dem Coupon Filmsfan22, den ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt findet. Da müsst ihr nur Copy und Paste machen, auch der Link zum Kochfilms-Shop ist natürlich drin. Da fällt es euch dann einfach, geht alles super schnell und ihr seht es hier, 34,98 Euro. Ist dann der Betrag, wie gesagt, ab 30 Euro versandkostenfrei. Interessant ist das Ganze natürlich für die exklusiven Artikel, die man hier nochmal um 5 Euro drücken kann. In Kombination eben zwei Steelbooks, wie zum Beispiel aber auch Buck Rogers oder Brimstone, das Mediabook. Also da kann man definitiv etwas für sich und seine Sammlung finden. Außerdem interessant, es funktioniert auch mit Titan, dem Steelbook, welches am 03.02.2022 erscheint. Ich habe es vorhin getestet, hatte das Steelbook von Wetlock hier drin und auch Titan und auch da wurden 5 Euro abgezogen. Außerdem interessant vielleicht für die Arthouse Collection. Hier könnt ihr nochmal 5 Euro sparen, zum Beispiel bei Mulholland Drive hier in dieser exklusiven schicken Edition. Falls ihr wissen möchtet, was euch da erwartet, Wetlock habe ich euch vorgestellt, Buck Rogers habe ich euch vorgestellt, dann Brimstone habe ich euch vorgestellt, sowie die Frankensteinbox. Alles findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen, auf bald meine Freunde und Servus!